Hallo, ist es on? Bin ich drauf? Moin, Gerhard Zielmach hier, Malerwerkstatt aus Walbrück Geilenkausen, aus dem schönen oberbergischen Kreis. Wir bieten Ihnen vom normalen Anstrich der Wände, von normalen Malarbeiten bis hin zur exklusiven Wandgestaltung, sprich fugenlose Bäder, hochwertige Tapeten, hochwertige Bodenbeläge, was auch immer Sie wünschen. Ich mache den Job jetzt seit Anfang 1993 und bin jetzt seit einigen Jahren auch selbstständig, habe einen Mann beschäftigt zurzeit und arbeite auch mit SUPS zusammen. Und ja, größtenteils machen wir nur private Geschichten, aber auch ein paar größere Firmenobjekte mittlerweile, wo wir auch tagtäglich im Einsatz sind. Für alle, die es nicht wissen, malerwerkstatt-zielmach.de Und für die, die es wissen, schreibt mir weiter auf Facebook. Und für alle, die es nicht so gut ist, wie es nicht so gut ist, wie es nicht so gut ist. Und für alle, die es nicht so gut ist, wie 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 es nicht so gut ist.